Das hier, hier, guck mal. Ein Einbrecher klaut Geschenke aus einem Nikolausstiefel. Oh, ist passiert? Wahnsinn. Ja, ist natürlich eine traurige Schlagzeile, aber ist ihr denn auch so traurig, wenn Jorge González die Frage kommentiert? Hola, chicas! Ego es heute, eh? Lachen wir uns bitte. Da war aber jetzt ein bisschen Max, da war ein bisschen Max. Da war ein bisschen Max. Ich muss euch sagen, ich selber habe die Sokolade gestohlen, weil du kannst nicht machen mit Sokolade in die Suhe, sexy Tick-a-Walk. Wenn du Sokolade in die Suhe, du kannst nicht machen, laufe, 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 natürlich. Oh Gott, Wahnsinn. Ich glaube, ich muss ja richtig arbeiten hier, meine Güte. Das ist ja echt gespenstisch, wenn du da hier, du wirst ja richtig zu der Person.